recht herzlich willkommen zu einer neuen folge days gone schön dass ihr wieder eingeschaltet habt schön dass ihr dabei seid euer t für euch ja mike so wir machen uns heute erst mal an ein infiziertes gebiet ran hier damit wir dann die nächste mission angehen kann zu kopelins camp und wir müssen nämlich hier oben da müssen wir noch vorbei wegen busas arm noch die teile suchen und ich mache hier mal so ein bisschen den weg frei für die schnellreise dann sonst funktioniert das nämlich nicht ja ganz lieben dank noch mal für die comments und likes auf das project wir haben ja jetzt auch wieder ein bisschen besseres wetter kein schnee mehr was wird er denn jetzt schon wieder ich bin gerade weggefahren ist jawohl da gibt es kein prozess die ende okay so jetzt jetzt gehen wir mal in die hülle des löwen hier wow was für ein cooler sonneneinfall hier mega fängt schon wieder an zu regnen nein okay shermans camp infiziertes gebiet das wird glaube ich hart da ist noch eine tankstelle straßen hier wartet wird schon auf mich kurzer prozess so sieht das aus wenn man sich mit deacon st john anlegt kann ich da noch tanken mal gucken ok da sind noch mehr kann ich auch mal eben gucken da sind noch mehr leute denn ich muss mal eben mein teil reparieren also die klinge ist wirklich geil wo ist der denn hä ich sehe da genau kurz gucken ob hier noch irgendwas brauchbares ist brauchen wir lappen brauchen wir nicht aber wir brauchen die mit sicherheit auf dem rückweg weil wir nämlich hier die nester platt machen wollen aber ich nehme jetzt mein bike das ist mir dann doch zu weit so hier müssen da irgendwo die nester kommen oh mein gott ja mit dem auto wird es hier nichts werden da hast du hier keine chance gucken ob hier ist doch meistens noch was hinten drin aber ich bin schon max mit muni voll aber das können wir vielleicht später noch gebrauchen ok da sind wir glaube ich dicht genug dran wo sollen hier denn die nester sein ach hier ist keins ok ach das ist schon wieder so weit weg ne ich fahr da doch dichter ran man kann das immer so schlecht sehen manchmal an der karte so dicht wie möglich ranfahren hier muss irgendwo was sein da ist noch ein nest zünden wir es an sie ok nummer eins wir brauchen molotov so komm her da ist noch einer sehr schön ich glaube da könnte noch eins sein mal eben warten ich glaube da gibt es noch mal was zu holen bei den nestern da hier muss noch irgendwo eins sein verband brauchen wir nicht können wir trotzdem nicht nehmen ok hm kann noch eins sein geht das hier noch irgendwie weiter boah das ist ja ekelhaft also hier geht es nicht weiter also hier geht es nicht weiter ah da muss noch irgendwo eins sein unten vielleicht na da ja ok nächstes nest nein sollst da molotov reinschmeißen mehr ist der hier baby mach ich dich so platt passt so gib mir mal eben so das haben wir frei gemacht hier so jetzt brennen auf dass ich eben noch mein kram hier weg holen kann ich glaube jetzt haben wir auch alle nester weg oh ja alles gekleant super und da ist das gute was auch immer wir da hinterher mit anfangen können gibt es hier sonst noch was ne ok nice was ist das kerosin molotov so kann wir das auch schon wieder nehmen perfekt so raus hier die stadt haben wir mal richtig nice gesäubert hier würde ich sagen kleine wische schrott mitnehmen ja schrott der ist schon gelootet der ist kaputt da ist gar nichts da haben wir noch den das läuft doch mal perfekt so auf zum moped und dann machen wir uns jetzt auf kann man noch was mitnehmen zur nächsten mission da stehen hier viele autos ist ja der wahnsinn so 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 jetzt hätte ich natürlich die polizeiwagen looten können aber ich denke mal wir kommen da sowieso nochmal vorbei so viel haben wir ja nicht verballert so so langsam kommen wir in den status dann auch mal ein paar zombies platt zu machen äh ok sind wir jetzt hier falsch aber wir hätten da oben lang gemusst so wahnsinnig viele umwege darf ich mit meinem Tank auch nicht fahren ich hoffe wir kommen dann noch irgendwo an der Tankstelle vorbei äh 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 wie ein Ferkel wie ein Schwein aber wir kommen ja noch bei Copeland vorbei glaube ich ne können wir da ja noch einen Zwischenstopp machen da habe ich auch noch Credits ohne Ende wir gucken Copeland liegt doch auf dem Weg genau da machen wir noch einen Zwischenstopp da machen wir noch einen Zwischenstopp kann man da noch mal eben nachtanken gucken was der gute alte Coopie sagt riecht hier auf dem Weg wow 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 ha 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 das ist ja auch cool wow 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 so wir haben ja noch genug Credits bei Copeland können wir da das Bike eben reparieren gucken was der gute alte Coopie sagt guerners notches muchachos so kann man eben schnell auf bin auch mal wieder da vorräte vorräte da ach ich hab da keine Credits mehr shit keine Credits mehr das ist ja das ist ja ganz schlecht gelaufen da bin ich auf null bei Copeland oh da hatte ich mich ja mal ein bisschen verrechnet hier würde ich sagen ok zack wir müssen hier hoch auf anderen Seite raus ok wir müssen hinten raus wollen wir ja auch keine großen Umwege fahren oh mir geht's gut alles Roger Jungs ich hab nur mal bin auf Durchfahrt hier aber ich hab bei euch leider keine Credits mehr das ist natürlich doof ja die Musik wird schon wieder so zum Glück ist es noch Tag hell Alter das sind Wege hier das ist ja der Hammer da ist Sprit ok gib mal her das ist schon mal nice Gutes Timing aber voll die Kiste hoffentlich kommt jetzt nicht grad jemand so lass fallen die Kiste lass fallen und weiter 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 so die kommen nämlich gleich angerannt ok wir machen mal Licht aus lieber waaah Moment da ist bestimmt Muni drin hier müsst ihr jetzt wieder so ein bisschen auf Oldschool gehen hier wir haben ja keine Camppunkte bei Koblenz mehr gehabt da müssen wir uns die Munition wieder so beschaffen ok das Bike ist auch noch heil genug das langt noch bis zum dass wir da sind da haben wir aber richtig Schwein gehabt dass da eben Sprit war im LKW in dem Abschleppwagen oooooohhhhhh den mit dem ich bin die Gun den mit dem dich bin die Gun ok hab ich scheinbar erfolgreich dran vorbei da hab ich richtig Schwein gehabt der hat mich nicht gewinnen der ist auf der Straße vor zwei Jahren hörst du das hat gemacht worden wie wir sind das komm her komm her ich will nämlich das Reh noch haben gib mir das Reh endlich ein Reh so ok das hat sich doch gelohnt mal eben das Bike präparieren gut dass wir so viel Schrott dabei haben perfekt alles klar und schon haben wir noch ein Reh mehr auf dem Rücken mhm sehr schön Mann das ist immer ein langer Weg hier so Sprit sparen da ist doch bestimmt auch ein Nest drin oder? ok ich weiß gar nicht ob ich hier bin ich noch gar nicht gewesen da runter ne das ist falsch hier soll ich runter was ist das der für ein Weg bitte ey das ist ja der Hammer ok hier ist wieder ein bisschen so ein bisschen super dass wir auf jeden Fall noch nicht gewesen mal schauen wir mal ganz kurz hier ist ja mega verseuchtes Gebiet Aber wo ist hier Da 32 Meter Bin noch nicht da Das ist so leer hier Da ist Schrott Da Da ist Sprit Oh verdammt Erwischt So Ich will hier in Ruhe mein Moped tanken Jungs So Mal sehen ob wir das noch da mit reinkriegen Wir haben auch nicht mehr ganz so viel Zeit Der wird ja schon wieder dunkel hier Irgendwo hier Muss irgendwas sein Da ist Verbands Da ist irgendwas Da Nein Ich will doch keine Nahkampfwaffe wechseln Okay Was soll denn hier sein? Ich seh hier nix Da ist auch irgendwas Zeug Das sollte gehen Jo Ich glaube wir haben alles Klinge Wo kriege ich eine Klinge her Moment mal Wo war nochmal dieser Sportladen? Da ist Muni Und da kommt bestimmt Ich muss die letzten Nester noch ausräuchern Ja Was machen wir auch noch? Ich will zurück und beende meine Arbeit hier Das war natürlich cool Dass da jetzt auch Sprit war Sehr nice So Wo schickt er mich denn jetzt eigentlich hin? Nö Ach du scheiße Jetzt muss ich hier Die Nester ausräuchern Okay Ich kann aber doch schnell speichern Na okay Fahren wir da nochmal eben hin Ich habe nämlich auch keinen Bock Da im Dunkeln hin zu kommen Aber es ist ja noch hell Machen wir die Folge ein bisschen länger Heute hier Da ist schon wieder eine Tankstelle Hier ist das Jetzt brauche ich noch Ach ne Klinge Ach hier ist auch noch Irgendwas was ich mitnehmen soll Da ist Kerosin Also heute muss ich echt sagen Also die Mission ist Hammer hier Okay Was haben wir denn da Weiter geht's No way Falsche Richtung Wo lang Wo lang So schrott sammeln So schrott sammeln Das sollten wir hinkriegen Da ist nichts drin Wow Mit Vögeln sogar hier Hammer Aber ich kann doch mein Moped doch dazu nehmen Zur Hilfe Gucken wir mal Was hier noch So ist Die sind alle schon Zerpflückt hier Da hinten ist noch einer Da hinten ist noch einer So Perfekt Und da ist die Tankstelle Da ist auch noch ein Momento Kofferraum Da ist vielleicht auch noch was drin Nö Okay Ab geht's Jetzt müssen wir uns auch sputen Es wird schon langsam dunkel So Eben nachtanken Oder geht die nicht mehr Doch Hier ist wohl Nur mal am Schanken Zum Glück ist das Benzin hier umsonst Hä Da unten lang Ich komm wieder Keine Frage Da ist noch ein Nero-Stützpunkt Da 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 müssen wir auch noch mal Wieder zurück Dann Da Aber ihr müsst jetzt sehen Dass wir wegkommen Hier Denn wenn es dunkel wird Ist hier nicht gut Kirschen essen Meine Güte Was für ein Tunnel Hier Nun Fahr doch Oh Mega Agro Jetzt wird es Zeit Nach Hause Zu fahren Cooler Weg hier Kurz bevor wir da sind Mach ich dann noch mal So ein paar platt von euch Was für eine geile Mission Also die fand ich richtig nice Die Mission Das muss ich mal sagen War richtig geile Mission So Unsere Camppunkte abholen Ich finde das so geil Nur mal eben gucken Wo Oh wir haben auch noch eine ganze Ecke Vor uns hier So ich würde sagen Wir machen an dieser Stelle Dann Schluss Ich Fahr jetzt den restlichen Weg Noch wieder zurück Zu Iron Mike Und wir sehen uns In der nächsten Folge Wenn ihr wieder Bock drauf habt Bis zum nächsten Mal Haut rein ihr Lieben Ciao ciao Lass eine Bewertung da Und dann